... Musik ... ... Musik ... Ich muss sagen, ein Störsender. Den muss ich beseitigen. Oh, ist das los? Was, wer schießt? Er wieder. Geh auf damit. Ich rumbolle rein da hand. Und? Neckt das, neckt das. Damit ich fit bleib. Okay, ich brauche einen Schalter, gell? Für das da unten. Für das Tor. Oh, da brauche ich mehr in den Schalter. Was? Oh Gott. Vorsicht, kurz Schluss. So, wir haben noch Moskitos, oder? Kann ich sein? Ich lege mich da unten. Wer? Moment. Wieso steigen? Wer stört? Geh wieder. Oh, Flattermann. Macht den Flattermann. Weg der ist. Und der hat die Schulter. Jawohl. Wer schießt denn da? Das sind das Ameisen. Viel Teufel. Geht weg. Es kriegt mich hin um. Oh, der ist nicht mehr mit. Hoppala. Da habe ich mich ein bisschen verbremst, gell? Auf jeden Fall war das der erste Schulter. Wo bin ich? Da sind wir. Der erste Schulter. Was? Und somit aktiviert. Der geht. Dumme. Geht nicht weiter, oder wie? Ja, gut. Ja, schauen wir mich da oben. Zu einem großen Flattermann. Ja, er wieder. Da ist er ja. Und wo bin ich? Raketen. Schau, gut. War nix. Die Glücksten sind sie nicht, gell? Zum Glück. One-shot aktiviert. Und schaut noch rum aus. Hey, Freund. Bleib nervt. Die hat nicht mehr. Die Lenkwaffen her. Halt das. Was? Wer? Was soll das sein? Was soll das sein? Mein U-Boot. Da kommt mir her. Wie versinkt die? Hallo, U-Boot. Ach so, es war es wieder her. Du, rein zusammen und geh. Wie er noch? Was? Was soll das? Wie ist der Blut? Er hat da eine Kanonenschel. Ich hab' ich gar nicht gesehen. Weiter auf. Ich verzieg mich. Ich bin ziemlich angeschlagen, gell? Schaut aus. Nix da, he? So gut. Hauptflug. Das ist auch nix. Halt auf. Weggesüffelt. Okay, wie schaut denn aus? Jetzt brauch ich noch zwei. Wer? Wo? Der wieder. Er schlug, he? Nein, fahr' mir gleich. Finde schön. Wie schaut denn aus? Noch nicht nur. Könnt's aber. Vollgas. Vollgas. Oder Neger. Vertreib euch nicht. Ich hab ihn nicht mehr verletzt. Ich hab ihn nicht mehr verletzt. das ist der da geh dann haben wir noch den da vorne geh jawohl und Nektar der Nektar des Lebens im wahrsten Sinne wo geh denn durch na gut an die Pixelmauer wo steht das oh geh laut davon geh laut nicht mehr lang da ist der Wahn jetzt heilig oh Gott ich mach mich fertig oh ich sehs schon schwer bewacht halt auf abflug da fliehen wir durch geh gar nicht lang beschäftigen das kann grad schlecht ausgehen halt einmal sagen es wird ein bisschen dauern geh bis er vorne ist Nektar brauche ich noch was heil oh da ist er wer hat bedarf jetzt ist das Tor gelaufen jetzt ist das Tor gelaufen und weiter gehts was haben wir da was haben wir da nix wer verwirrt's typisch oder erst schießen dann verschlecken hier hier da schaue das ich auch jetzt nix doch ne komm wir gleich also allerdings geht mir gleich die Lenkwaffe raus und daneben jawohl drei leben So ist er. Du weiss auch. Geh doch, ich versink dich. So gut, ich hol dir mit Reff. Aber ja, mit dem Laser. Bis zum nächsten Mal.